Wir haben auf die Bühne, es sind insgesamt elf Teilnehmer und wir beginnen mit der Startnummer 31, Andreas Abel, Picks Point, Esli, Startnummer 46, André Wagner, 45, Erdendorf, Startnummer 47, Ahmed Chabuk, Powerhouse, Rheinland-Pfalz, Startnummer 48, Alle JVs, JV Personal Fitness, Aufkur, Startnummer 49, Christian Ansens, Outback Gym, Mainz, Startnummer 50, Yannick Schäfer, Sportstudio Euro, Kassel, Startnummer 53, Marco Kühnlein, Uniside Sports, Hannover, Startnummer 55, Alexander Lohf, Startnummer 56, Sebastian Haretto, Hallof, Crossport, Hattingen, Startnummer 57, Timo Pechowski, Muskelhaus, Hanau, und die Startnummer 59, Sascha Eilig, Cleverfett, Fürth, Ich gib ein weiterer Web, Schaue. Jetzt geht das ganze Film einfach zum Bühne noch hin. Schwalbe 33, bleib viel stassiert bitte, die Startnummer 59, bleiben dort drin stehen. Alles noch hinten. Alles nach hinten, alles nach hinten. So, nur zwei Vergleiche für ein bisschen Platz machen, ein bisschen Platz machen, bisschen Platz machen. Stand Nr. 33, 46, 47, 48 und 49 zum 1. Pokerischen Vergleich in die Mitte. 47 in die Mitte, 46 dazu, 46 dazu, links in die Mitte, 41. Und jetzt, gib Gas, ein bisschen Platz machen, ein bisschen Aufstieg zwischen den Lern. Doppeltinzeps. Natissimus. 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 Und noch. Ja! Perfekt! Reine! Check! Ja, ich spann durch ein bisschen. An der Gäste, den Startbein! An der Gäste! Ohne, ohne! Aus, komm! Mach die Kälte zurück, jetzt! Popo! Wie gesagt! Woll, Ames. Perfekt! Natissimus. Die Reine, die Parallelstelle. Ja, das ist perfekt. Seidige Glitzer. Aus, komm! Aus, komm! Aus! Sechsig, ja! Aus! 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 Und jetzt, komm! Jetzt richtig plopper! Schön, bleib so! Vielen Dank. Zurückdrehen. Der andere 6-3 nehmen wir noch vor, bitte. Komm, komm! Hintestellen, Beine! Aufbauen! Und Beine! Bisschen Platz auf untereinander, genau. Ja, super! Komm, schnell, komm, auf! Jawoll! Und Beine! Beine, Hernik, auf! Schön, Hernik! Mit deiner Pose, komm, auf! Beine! Komm, jetzt, auf! Deine Pose! Beine Pose! Komm! Sehr schön! Doppelbizeps! Beine Pose! Arsch, komm! Ja! Arsch, komm! Langtissimus! Beine Pose an! Ja! Ja! Deine Parallel, richtig, ganz links, draußen! Ja! Beine Pose! Beine Pose! Beine Pose! Seite gedreht sich! Timo, andere Beine! Aufbauen! Jawoll! Aufbauen! Aufbauen! Komm! Komm! Von vorne, Bauch und Beine! Sehr schön, Timo! Sind Sie jetzt für den Rückenberein? Komm! Super! Einen Vergleich mit 6 und einen Vergleich mit 5 starten. Erster Vergleich nach vorne, Startnummer 46, 49, 53, 55, 56 und 59. Die anderen Startner bitte auch für rechte Seite aufschließen. Das sind die Vorbereinheiten. Das sind die Vorbereinheiten. Das sind die Vorbereinheiten! Das sind die Vorbereinheiten. Die ganze Fähne und Schritte nach hinten, dass du auf 53 auf der weißen Wege stehst. Und dann sind die Vorbereinheiten. Doppelbizeps. Und jetzt! Auf die Tasse! Checks! Ja, denn? Ja, bitte besser! Du bist besser! Checks! Marzissimus! Ja! 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 Rücken, wir kommen auf dem Biceps. Ja! Ja! Hilf, unter vorne! Jetzt! Ei! Popo! Ja! Ja, genau! Saldige Drinzeps! Und weg Popo! Vorne im Bauchwein! Jawoll! Ja, das geht jetzt! Lächeln! Lächeln! Vielen Dank bitte auf die linken Bühneseite! Zurückregend! Timo Beine! Komm, Timo Beine! Guck mal, auf Dorn! Ja, ja. Doppelbizeps. Komm. Timo, Druck auf die Beine. Jawoll. Latissimus. Druck auf die Beine. Auf. Ja, schön. Druck auf die Beine. Komm, sieh durch. Seid die Brust. Komm, schneller. Auf. Und da. Ein bisschen rein. Ja, ja. Brünen werden kommen und noch ein Trizeps. Nichts verlernt. Nichts verlernt. Folgerhintern, Janik. Komm. Wie er möchte. Latissimus. Ja. Janik, auf. Seid die Trizeps. Janik, schnell. Deine Pose. Auf. Und Ausatmeldung. Ja, super. Ja. Von vorne brauchen wir ihn. Weiter. Ja, liegt raus. Und weiter. Vielen Dank, bitte die Komitekteklasse. Männerpollebelie bis 80, bitte nach vorne kommen. Das war die Vorentscheidung. Von der Kategorie Männerpollebelie bis 80 Kilo bitte hinter der Bühne bereithalten, wie eigentlich die neuen Karte. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.